Das läuft? Ja. Läuft? Gut. So, jetzt hebt mal dieses Gewicht hoch. Das sind 5 Kilogramm. Wenn man das so am Finger hat, dann wird das noch ganz schön. Lohnt sich. Gut, stellen wir wieder hin. Jetzt hängen wir dieses Gewicht mal an einen sogenannten Flaschenzug. Der Flaschenzug, und jetzt werden wir uns, naja, wundern vielleicht gar nicht, weil ihr ahnt ja schon, was das Prinzip ist. Das Prinzip ist ja folgendes nur. Was sich an Kraft einsparen muss, ich an den Weg aufwenden. Wenn jetzt alles hängt, okay, jetzt nimm mal hier oben dieses Band des Flaschenzuges und zieh mal ganz einfach dran. Und lass mal das Seil sausen, ja, was heißt? Lass mal sausen. Weiter, höher hin, höher hin. So, jetzt haben wir die gleiche Höhe hochgehoben. Sieht man das? Wie viel Seil hier unten liegt. Wir haben die gleiche Höhe hochgehoben, als wenn wir das per Hand hochgehoben hätten. Und, war das schwer jetzt? Jetzt war es leicht, ne? So, jetzt lass mal vorsichtig wieder runter und jetzt sehen wir mal, was mit dem Seil hier unten passiert. Ganz bisschen bewegt sich das Gewicht, aber das Seil, das verschwindet wieder. Gut, das bis dahin. Dankeschön, Herr Kameramann. Dankeschön. 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 Vielen Dank.